So, und hier zeige ich Ihnen die größte, also die Attraktion an jeden Flughafen. Airbus A380, größte Passagiermaschine der Welt. Und dieses Modell hier war 40 Jahre lang. Das ist der Jumbo Jet, der sechsmal Ideale passt. Dieses Modell hier war 40 Jahre lang. If you want to buy one, if you want to buy one, you become a share. And if you want to buy a second one, you become a share. Dieser Bereich hier ist, der Finger armlos. Wir nennen es auch das Wohnzimmer der Lufthansa, weil hier nur Lufthansa-Maschinen stationiert sind. Und Maschinen fliegen aber nicht mit Lufthansa weiter, sondern mit der SAS oder mit der United oder mit der TAM. Diese drei, insgesamt sind 28, diese Airlines haben eine Kooperation mit Lufthansa. Und auf der anderen Seite steht bereits eine United, beziehungsweise zwei Stück. Das sind United Airlines, sind in dieser Sni-Airlines. WDR 2021